Was? Es ist aus, Mona. Ich gehe jetzt zu Markus und werde das hinterhältige Spiel aufdecken, das ihr die letzten Monate hier gespielt habt. Die Rheinberg-Bank steht kurz vor der Pleite. Doch bevor es soweit ist, spielt Markus seine letzten Trümpfe aus. Die Episode Mona und ihre gierige Tochter ist Geschichte. Ich brauche die Bank nicht. Die Bank braucht mich. Geld macht Liebe. Am Montag wieder, hier bei uns im Ersten. Vielen Dank.